hallo und herzlich willkommen zurück zu forest wir sind hier in einer richtig krassen höhle jetzt ich glaube das ist die abgrund höhle ich glaube wirklich das ist die höhle im abgrund oder am abgrund oder wie das heißt ich da es runter geht kassier kleiner haben wir zehn stück schauen wir mal wo es dahin geht bevor wir da runter gehen wir gehen hier nochmal auf jeden fall zurück jetzt will ich jetzt mal wissen was was ist hier aber was oh dosen soda na jetzt wieder stoff ja ist direkt von was ich da gehört hab ja ist direkt von was ich da gehört hab das heißt hier wahrscheinlich musiklaus irgendwo die nicht mehr gesehen er hat mir gleich zwei ganze knochenrüstung kaputt gemacht auch war ah seile wieder dynamit kann sein dass wir die gleich wieder brauchen werden leuchtfackeln äh da hängen auch noch ein paar leute leute war man da nah noch mehr seile man eine seiltasche in die machen ja aber eine sperrtasche und wärmer zu können wir nur noch machen mehr können wir mit dem seil nicht mehr machen schade ist können wir irgendwas mit dem stein machen ne steine haben wir alles dann stöttern können wir nur noch eine handgemachte keule machen na komm wir machen mal eine handgemachte keule dann haben wir es hier vollständig vollzählig und nur noch knochenpfeile das war es dann wenn wir hier irgendwo lag hier noch ein schädel können wir den auch noch mitnehmen ja ich wünsche ich wir könnten hier eben irgendwo kurz speichern den auch einmal ablegen ja hier könnten wir auch rein theoretisch runter wo genau sind wir jetzt an der höhle okay wird alles zum einen und demselben punkt irgendwie gehen wir hier mal runter aber wir haben hunger und durst aber geschafft ich hatte schon angst gehabt dass wir das nicht schaffen werden und da irgendwelche mutanten oder urhinwohner ich hoffe nicht zumindest kann ich von oben keine erkennen geht aber auch ganz schön tief hier runter jetzt boah wie tief geht das runter so so hm das wäre böse gewesen wenn man da ja müssen wir dich immer aus gehen mal die seite darüber es geht ja immer tiefer oh ha oh ha oh jetzt will ich mal was rausfinden wenn ich die mal da so gegen schmeiße oh ha so tief geht das hier warte mal erstmal was essen die höhle ist krass da war ein rucklau und ein geräusch wie tief geht es noch hört ihr das oh ha wir sind also ganz unten jetzt oder wie da war irgendjemand oder ja da war wieder jemand wo bin ich hier gelandet ja ja ähm aua aua abloch oh wo ist der die babys da hinten ja komm her der ist tot jetzt die babys wie scheiße das eigentlich klingt lebt das noch ja das lebt noch so kommt er noch irgendwo was da sieht es irgendwie sehr gefährlich aus ich schmeiß mal eine dahin oder noch eine fällt mir gerade gar nicht hier ist noch ein totes baby noch mehr schädel hier geht es jetzt weiter Richtung süden glaube ich hier geht es nochmal runter und da geht es auch noch weiter so was gibt es denn hier irgendwo gibt es denn galoppel 1 ich glaube dahinter dahinter gibt es ein galoppel 1 ich habe ich habe angst weiter weiter zu gehen wirklich da habe ich gerade echt angst vor allem wir sind wieder hungrig so viel snacks haben wir jetzt auch nicht mehr mit wenn wir noch ein paar snacks finden würden warum ist hier eine taucherflasche warte mal ich weiß jetzt nicht wie viel der drin hat warte mal wenn hier jetzt schon einer rumliegt wenn wir das so machen und den mitnehmen ich habe keine ahnung wo wir jetzt hier landen ich habe keine ahnung wo wir jetzt hier landen wir können hier speichern oh cave entrance zum notizbuch hinzugefügt warte mal wo wurde das hinzugefügt wahrscheinlich hier ja ähm 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 tschuldigung cave entrance hier äh was das notizbuch angeht fehlt uns eigentlich viel so ich würde sagen aber hier weichern wir erstmal ja aber jetzt im moment da wären wir wieder dann gehen wir weiter na da sind wieder welche ureinwohnern ja komm herr beide tot perfekt dann bauen wir uns hier ein kleines lagerfeuer und bauen wir hier schmeißen die mal rein wir brauchen wieder knochenrüstung die nase gerade wie viel stoff haben wir jetzt mittlerweile wieder 65 wo kommt er jetzt knochen noch haben wir denn noch sechs da sind sie schon so haben wir jetzt wieder zwölfe machen wir alle rein 1 2 3 4 5 6 wir beide noch mal an wo sind wir jetzt genau in der höhle aber es geht hier noch weiter richtung süden aber ich glaube wir haben da einen weg übersehen gehabt oder kann das sein dann kann ich mir eigentlich an diesen beiden flaggen orientieren die beiden sind immer richtung grünen und medizin ach snacks nice ok hier geht es weiter von hier aus kann ich nicht rüber schauen ich sehe da einen nein ein stück sind dort Oh Oh Wow wir nehmen die drei noch mal mit den lege schon mal da ab und dann machen wir noch mal knochenrüstungen geht aber sonst kein mehr wie weit war es bis zu meinem feuer war das weit da war es den legen wir schon mal dahin ich hoffe die beiden anderen beiden liegen da noch ja aber wir brauchen knochenrüstung jede menge ich habe kaum möglichkeiten irgendwie zu fliehen oder zu verstecken mich aber jetzt schnell noch den letzten diese höhle bringt mich quasi dazu auf direkte konfrontation so geil noch hatte jetzt gleich müssten die auch noch fertig werden kommt ja perfekt so kommt der ich auch noch komm schon 1 2 3 4 5 6 dann haben wir jetzt erstmal genug knochen und ich würde sagen wie es weitergeht erfahren wir in der nächsten folge vielen dank dass ihr wieder mit dabei war ich bin es euer max deus und schau Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020